Lieber Heiner Kohls, mein Name ist Lama Jampa. Ich schreibe Ihnen aus dem nördlichen Teil Indiens am Fuße des Himalaya-Gebirges, um genau zu sein aus dem Gaijinoling-Kloster im Dudunga-Zirkel Lumla im Bezirk Tawang. Ich bin der leitende Abt des besagten Klosters und bin auf meinen vielen Reisen auf die wunderbare Technik zur Wärmegewinnung mithilfe eines Biomeilers gestoßen, den Sie mit Ihrem Verein Native Power bereits in vielen Ländern errichtet haben. Unsere Region ist im großen Bedarf einer solchen Technologie, die es uns erlaubt, im Einklang mit und mithilfe unserer Natur Wärme zu produzieren. Das Leben im Gebirge ist in den Sommermonaten recht angenehm, doch die harten Winterbedingungen schaffen Leiden und Krankheiten unter meinem Volk. Ich möchte Sie daher fragen, ob Sie es sich vorstellen könnten, meine Heimat zu besuchen, um Ihr Wissen mit uns zu teilen. In Freundschaft, Lama Jampa 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 Vielen Dank.